Wo komme ich hier? Hat der Torbogen was auszusagen? Nein. Oh ja, hat eben geblitzt. Ja, ich hoffe mal, dass alles gut geht. Neue Verbesserung verfügbar. Eis. Eismagie hält die Insekten länger auf. Ja, ich glaube, das ist auch eine gute Sache. Sollte ich mal machen. Bis dann, Smoo. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Jo, okay. Lawinen. Neudekiste. Kann man aufmachen. Kann man ja schon mal. Oder auch nicht. Hui. Ja, da rutsche ich direkt rein. Oh yeah. Gut, aber dann, wenn sie eingefroren werden, was natürlich dann auch hier sind, die dann unterschiedlich lang zu machen. Was? Ähm, das ist ja witzig. Das ist ja verdammt, verdammt witzig hier. Feuer und Eisgegner. Na, herzlichen Dank. Äh, ich stimme dir zu, Smoo- Äh, Mokai. Besonders jetzt bei den Kämpfen wäre es nicht. Zum Beispiel eine Numpet-Taste oder so. Die wären ja noch frei. So, jetzt geht die, wird die Schlagzahl aber wieder erhöht. War eben bisher noch ganz entspannt. So, die erstmal weg. Qual. Baum. Kurz. Und Keks. Zack. Also Feuer und Eiskarnickel gerade beginnt. Das geht ganz gut. Yeah. Puh. Geht's da oben zur Truhe? Ei, 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 ei. Aber das mit dem Wechseln ist ja schon gemein. Ich frag mich, bin mal gespannt, wie viel Kräfte es gibt, zwischen denen man dann wechseln muss. Aber bisher waren es ja zum Glück nur diese hier. Hallo? Hallo? Soll ich hier mit Feuer kaputt machen? Hm, scheint so. Dann die Truhe öffnen. Dann haben wir das zweite Artefakt. Oder Fragment. Viele Leute direkt vor dem Haus stehen. Und hier geht's dann. Mit Eis. Slash. Danke, Brei. Oh ja, das ist gut. Die können wir jetzt hier ganz entspannt aus der Distanz ausschalten. Das ist dann gar kein Problem. Äh, da oben ist noch die Truhe. Da möchte ich gerne hin. Komm ich da hin? Ja, komm ich. Und so langsam gewöhne ich mich auch an die Eissteuerung. So. Fragment Nummer drei. Okay, die werfen... Sind das Hüte oder Bücher? Ne, ach, so Doktorhüte, ne? Das scheint der Abschluss zu sein. Das scheint der Abschluss zu sein. Hier hinten noch mehr. Ne. Willkommen zurück, Ela. Ja, klar. Easy. Ganz leicht. Gleich im ersten Anlauf. Äh. Hui. Muss ich jetzt wieder zurück? Weiß man nicht. War von da unten nicht gekommen. Dann wird's sicherlich hier wieder zurückgehen. Da gab's ja auch noch ein paar... Wege, die ich noch nicht lang gehen konnte. Sie ist wieder zurückgekehrt und ihre Reise erinnert. Hm? Enteisen, dann ist eigentlich das Gegenteil von dem, was wir hier machen. Ja, das stimmt. Hui. Von unten kamen wir. Dann jetzt... Ach, nein. Gehen. So. Bonk. Und dann hoch. Back. Und Ozea. Hier unten scheint noch was zu sein. Ne, ist nix. Okay. Jetzt können wir wieder ein bisschen ernten. Schön mit der Combo. Die Musik ist auch gerade wieder richtig schön. Wobei ich mich ja immer noch frage, wer sie wir sind. Ne, Moment. Hier kam ich her. Da war doch der Kampf. Oh, shit. Mein Speicherplatz ist voll von der Festplatte. Voll von der Festplatte.